ja hallo und willkommen zu skyfactory 2 ja was soll ich sagen oder wie soll ich es am besten sagen tja mir fehlen einfach die worte gerade dafür aber es gibt ein kleines problemchen der techniker hat zurzeit aus privaten gründen keine zeit oder keine lust oder wie auch immer ich bin selbst ein bisschen baff ja das soll jetzt auch keine runde sein wo ich euch zeige was ich jetzt neues machen kann oder was ich neues baue ihr wisst ja wir waren da unten beschäftigt mit unseren generatoren sind eigentlich eine spezielle frage an euch leute wollte dass ich das weiter spiele das projekt also alleine weiter spiele und vielleicht kommt der technik irgendwann wieder dazu und stößt dann einfach bei mir bei oder wollt ihr einfach closer es werden nicht lasst einfach das projekt erst mal pausieren bis der technik wieder dabei ist ja das ist alles einfach ein bisschen ich habe ja ja ziemlich viel zeit eingesteckt mir ideen ausgedacht mir sachen ausgedacht wie was ich machen kann aber dann denke ich wieder anders darum soll ich das jetzt einfach pausieren gefällt es euch was ihr bis jetzt gesehen habt oder soll ich einfach weitermachen naja tut mir leid das ist einfach nur so ein kleines info video zu unserem together dann würde ich die einzelnen videos die wir vorher hatten zusammen die bleiben hier in der playlist und dann würde ich eine einzelne sky factory playlist machen wo ich dann halt alleine bin ab welcher folge ich dann alleine bin ich habe mir zwar schon gedanken gemacht aber ich möchte natürlich es nicht alleine entscheiden deswegen es wäre wirklich nett wenn ihr mir einfach nur sagen könnt hey ist okay verständnis dafür lasst das pausieren oder hey weißt du was mach weiter also liebe leute ich wünsche euch was bleibt sauber und schaut bei meinen anderen projekten dann in der zeitraum ja in den zeitraum nicht der den zeitraum vorbei und bis dann ich warte auf eure kommentare ciao ciao